Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge LS22 hier auf der Oberlausitz. So, ich muss mal den Lanz an... ähm... und so, ne? Der braucht immer so eine Weile, bis der überhaupt fährt. Na, geht's jetzt schon? Ne, du sollst den... Achso, ich find das... ah, ah, okay, ähm... So, dann holen wir damit jetzt das Schneidwerk. Ich weiß gar nicht, warum hier überall irgendwelches Zeugs wächst. Guckt euch das mal an, hier ist überall irgendwo Getreide im Busch. Kannst mal den Nachbarn mit dem Drescher durchfahren. Unglaublich! Glaub ich, ich bin falsch abgebogen, oder? Ne, doch nicht. Guckt auch schon aus wie Sau, der Truck. Träggel die, Trägg! Bin mal gespannt im 25er, ob die das da mal hinbekommen haben, dass a, das Force Feedback richtig funktioniert und b, dass diese Maschinen aufhören zu wandern. Habt ihr hier zum Beispiel wieder gesehen an der Anhänger der Ixl, aber es ist teilweise wirklich so, dass die ganzen Maschinen auf dem Boden wandern. Ja, das war im 19er schon so. Ja. Und was bei diesem Träger nicht passt, ist die Druckluft, oder? Ich glaub nicht, dass der eine... hat der eine Druckluftanlage? Aber es könnte auch durch den Soundmod kommen. Jetzt sag mal, hier sind neue Geräusche, oder? Ich hab noch nie, oder mir ist noch nie aufgefallen, dass es dieses Plätschergeräusch gibt, wenn man durch Wasser fährt. Ach ja. Ähm, gut. Wir haben da noch Ballen liegen. Ich finde die Karte schön, aber solche Sachen hasse ich. Ich muss mal gucken, ob wir die Ballen eventuell direkt in den Stall schmeißen können. Aber ich glaube, das wird nichts, wa? Ja, da haben wir es ein bisschen zu gut gemacht. Nein, glaube ich. So. Das waren sie schon, wa? Nee, doch nicht. Da ist noch einer. Da liegt noch einer. Aha, gut. Haben wir bei dem Gewicht vor? Nee, gucken wir gleich mal, wo die Gewichte sind. Dass wir dann mit diesem zum Pflügen hochfahren. Ja. Genau. Was bist du? Was bist du? Ja. Ja. Von viel sex ist ja nur heimlich. Aber ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, so, was habe ich gesagt? Gewichte, ne? Ich überhaupt welche? Habe ich Gewichte? Wenn ja, wo? Oh, das ist so schön realistisch, ne? Wenn du hier eine Weile nicht spielst, dann weißt du ernsthaft nicht mehr, wie du die Sachen gelassen hast. Ups. Ich habe gar keine, oder? Ich habe irgendwie gar keine. Doch da ist eins, guck mal. Das könnte man nehmen. Wenn Wenn es richtig liegt. Und das ist hier gerade das Problem. Ah ja, okay. Das kann ich jetzt gleich anhängen. Genau. Dann kann ich mir den Pflug nehmen. Schauen, wo der ist. Da ist doch was. Das Ding könnten wir doch theoretisch einen großen habe ich gar nicht, wahr? Eigentlich einen tiefenlockerer, aber egal. Wir sind im Juni, im Jahr zwei. Wir haben noch Gemüse zu ernten. Und die Zeit bis zum LS25 wird immer weniger. Ich glaube, ich bin hier völlig falsch. Schon wieder. Ich habe die Abfahrt verpasst. Einfach mal hier hoch. Ich glaube, war hier nicht ein Weg? Wir fahren hier einfach mal hinten über die Wiese. Muss ja keiner sehen, ne? Kommen wir hier hoch? Und wenn ja, wo landen wir? Oh Mensch, das war ja perfekt. Das war ja perfekt. Gucken wir mal beim Kollegen rein. Also die dürften sich hier eigentlich nicht in die Quere kommen. Der ist am Mulchen. Ein paar Meter vor sich hier. Gucken, ob wir da reinhüpfen können. Fahren wir mal eine Runde mit. Ich muss sowieso mal gucken, haben wir das Feld, wo wir jetzt drauf sind, gepachtet? Aber egal, dann machen wir wenigstens was. Feld 16 und 19 sind gepachtet. So. 19 ist gepachtet. Okay, dann werden wir hier folgendes machen. Dann stecke ich hier weiter gar keine Mühe rein. Die 16, da geben wir das Ding jetzt wieder zurück. Die 19 aus Gameplay-Gründen, das lassen wir jetzt noch zu Ende flügen und mulchen. Und dann können wir gucken, was der der Nachbesitzer davon macht. So. So. Wir sind jetzt auf der 19, ne? Genau. 16. Pacht auflösen. Ja. Kann man vielleicht irgendwelche Aufträge machen? Das sind Rechnungen. Wo haben wir die? Ich habe hier noch nie einen Auftrag gemacht. Das könnte ein Auftrag... Nee, das ist Felder Pachten. Aha. Gibt's gar keine Aufträge, oder? Kreditsystem. Oh, ich habe noch einen Kredit. Hm. Da sind Aufträge. Keine Lohndienstleistungen möglich. Na, guck mal einer an. Ja. Ja. das gefühl der hier ist mit seinem grubber ganz schön tiefenlöckerer ganz schön laut unterwegs war kann das oder täuscht das bin mir gerade nicht sicher aber der legt ganz schön vor obwohl der da hinten höhere wahrscheinlich eine höhere arbeitsbreite hat wie sieht denn dieses feld überhaupt aus von der beschaffenheit was können wir hier denn 19 bodenarten wir haben lehmigen sand wir haben sandigen lehm wir haben lehm und wir haben ton beste voraussetzung aber der ph wert ph wert ist kalk das sieht gar nicht so schlecht aus können wir vielleicht einmal rüber und dann passt das stickstoffgehalt das ist glaube ich dünger richtig da müssen wir behalten das feld wir machen dann noch ein bisschen was drauf so nämlich ich werde ich werde da ein bisschen tricksen da werden wir meist drauf hauen oder gülle oder wie auch immer also erst mal kalk dann meist misst natürlich dann wenn wir da misst drauf packen dann werden wir das ganze noch mal untergrubbern und dann hauen wir bei bedarf nämlich noch mal misst drauf und dann sollten die werte passen das richtig stick genau stickstoff ist ist es ist dünger und das andere ist kalt das heißt wir kalten dann zunächst mal können wir aber können wir aber mal können wir mal da sind wir im drescher wir haben noch einen traktor oder nur den ernsthaft ernsthaft wow wo sind unsere ganzen traktoren denn noch die drei quatsch echt nur noch die bei die drei traktoren Wow. Kann man machen. Jetzt fehlt nämlich gefühlt einer. Okay. Dann werden wir mal eben was gucken. Und zwar, wenn wir hier so einen Düngerstreuer haben. Kombinationen. Gut, das wäre das Gewicht, was man dafür brauchen würde. Hm. Keine Ahnung. Klaas. Ach komm. Kaufen. Ja. Okay. Escape. Können wir denn... Das war, glaube ich, mal hier drauf, oder? Wir werden nicht genug Geld haben, aber wir können uns vielleicht auch ein Mieten. Das können wir nämlich auch machen. So, Steinsammler. Wo sind denn die Scheißdinger? Düngerstreuer, da. Das ist er hier, ne? Mit Aufbau. Und so weiter und so fort. Hier kannst du dir wieder keine Kombination ansetzen, aber wir brauchen... Äh... 18 kmh. T404. Ich finde das herrlich, dass hier nicht beisteht, wie viel PS man eigentlich braucht. Hm? Genau, genau so. Habe ich auch geguckt. So, ähm... Wir nehmen... Wir nehmen mal mittelgroße Traktoren. Und gucken mal, was wir hier Schönes finden, was wir mal fahren können. Haben wir irgendwas... Genau, draußen wird gehupt. Haben wir irgendwas Cooles? Nicht wirklich... So... Standard... Ne, Pflegebeifung brauchen wir nicht. Breitreifen und Gewicht ist, glaube ich, nicht schlecht. Design EU. Das können wir machen, das können wir machen. Und... Wenn ich den kaufe, bräuchte ich 263.000. Also miete ich den jetzt erstmal. Okay? Und... Da steht er. Gewicht ist auch da. Dann gucken wir mal als erstes, was wir in dem Kübel drin haben. Ob da Kalk oder Dünger drin ist. Na, was ist hier... Ui, 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 ui. Da gab's jetzt aber mal ein... Mal ein Leck. Was auch immer... Was auch immer den produziert hat. Ja, ganz viele Folgen sind es nicht mehr bis zum 25er. Das wird jetzt alles ratzfatz gehen. Man überlegt. Gehen auf Ende August zu. Ich habe Mitte September einen Termin. Der kommt auch wieder schneller als geplant. Dann haben wir den Oktober. Also, ja. So, was haben wir hier jetzt drin? Kalk, sehr schön. Aber zu wenig. Junge! Du kannst dir sogar Stoffe kaufen, okay? Ich glaube, der Träger ist ein bisschen unterdimensioniert. Kann das sein? Aber es steht ja auch nicht dabei, wie viel PS du brauchst oder so. Ich weiß gar nicht, ob wir irgendwo noch... Warum kann ich den jetzt nicht füllen? Doch eine Kaufstation hier. Wo ist denn jetzt dein Problem? Da muss doch... Da müsste doch Kalk drin sein. Boah. Okay. Obwohl, warte mal. Ist das der, den ich hingestellt habe? Ja, ist er. Seit wann kann ich an dem Ding kein Kalk mehr kaufen? Oh, merkwürdig, du. Jetzt geht's auf einmal? Muss man nicht verstehen, oder? Okay, dann ballern wir da jetzt noch Kalk drauf. Dann werden... Ich hätte das natürlich direkt nach dem Mulchen machen können, ne? Bisschen blöd jetzt. Doppelt, dreifache Arbeit. Aber naja, egal. Komm. Na ja, gut. Okay, also. Wir mulchen jetzt. Es wird gepflügt. Wir kalken, dann packen wir Dünger drauf. Dann werden wir das untergrubbern. Und dann können wir normalerweise nochmal Dünger draufpacken. So in etwa ist der Plan. Und dann werden wir das hier untergrubbern. aber liebe Leute, wir sind schon wieder am Ende angekommen, tatsächlich, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, ich freue mich natürlich über neue Abonnenten, über nette Kommentare, Däumchen und wie schon in den vorangegangenen Folgen gesagt, wer Bock hat mal irgendwo mitzumachen, meldet euch einfach bei uns, entweder über den Discord oder ja, wie auch immer genau so guck mal, der ist da fertig der ist da noch am Gange aha alt und B dann können wir hier noch eine Bahn machen gucken, ob das alles so klappt, wie wir uns das vorstellen ja, guck mal, der pH-Wert könnte noch noch besser sein, ne? hat kein Bock mehr Alter, so viel zum Thema KI, ne? Ich weiß nicht, wo der jetzt sein Problem hat hier. Er kann ja flügen, warum tut er es nicht? Das lasse ich denen aber, den beiden, aber die beiden aber zwischen den beiden, das lasse ich die beiden aber zwischen den Folgen machen und wir sehen uns dann in der nächsten Runde wieder und bis dahin, bleibt gesund und macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.